Wie wirkt sich Stress bei Frauen aus? Aufgrund der unterschiedlichen Hormone wird Stress von Frauen und Männern auf verschiedene Weise verarbeitet. Frauen sind zwar sensibler, managen Stress jedoch meistens mit intelligenteren Strategien. Wir alle haben schon einmal stressige Situationen erlebt, sie kennen sicher diese Momente, in denen alles zusammenkommt und wir uns wahnsinnig unter Druck fühlen. Stress hat gesundheitliche Auswirkungen und beeinflusst unsere Lebensqualität, in Medien und Zeitschriften wird häufig über Stress geschrieben. Selten jedoch gehen diese Artikel auf die unterschiedlichen Auswirkungen von Stress auf die Geschlechter ein, insbesondere auf Belastung und Symptome bei Frauen. Frauen ticken psychologisch anders als Männer und auch die Hormone spielen eine große Rolle bei Stress. Außerdem haben Frauen manchmal größere Verantwortungen, bei der Arbeit aber auch zu Hause und nicht selten kümmern sich Frauen um die Kinder oder um ältere Menschen. Der Alltag der Frauen wird also von vielen Faktoren beeinflusst und das kann zu klaren Stresssituationen führen, bei denen der Körper verschiedene Veränderungen erlebt, die bei Männern so nicht vorkommen. Deshalb möchten wir im Folgenden weiter auf dieses Thema eingehen und Ihnen einige Ratschläge geben, wie Sie sich Hilfe verschaffen können. Die am meisten vorkommenden Stresssituationen bei Frauen Druck am Arbeitsplatz zusammen mit den Aufgaben im Haushalt, Menopause, Pflege von Krankenfamilien, Mitgliedern, Probleme mit dem Partner, Trennungen und Scheidungen, Studien haben gezeigt, dass Frauen im Allgemeinen sensibler auf Stress reagieren als Männer. Trotzdem sind sie dank den Östrogenen resistenter gegenüber Stress. Professor Carl Piebraum von der Universität in Kalifornien sagt aus, dass sich Frauen dem Stress gegenüber logischer und sachlicher verhalten als im Vergleich zu Männern. Auswirkungen von Stress auf die Gesundheit der Frau Kopfschmerzen, vor allem vor der Menstruation. Hier können starke migränatige Schmerzen auftreten, Krämpfe der Speiseröhre, damit auch Bauchschmerzen und Probleme beim Schlucken. Sodbrennen, Haarausfall, Übelkeit, Schmerzen in der Brust, im Rücken und im Nacken, vermehrtes Bedürfnis, Wasser zulassen, chronische Müdigkeit, keine Lust auf Geschlechtsverkehr, Veränderung im Menstruationszyklus, vor allem fehlende, unregelmäßige Blutungen oder völliges Ausbleiben, was als Aminorö bezeichnet wird. Angststörungen, Schlaflosigkeit, Veränderungen des Immunsystems. Wir neigen eher dazu an Krankheiten wie Osteoporose, Arthrose, Diabetes, Typ 2 etc. zu erkranken. Verstopfung und Durchfallhautprobleme Unsere Haut reagiert sehr sensibel auf Angststörungen und Stress. Deshalb kommt es schnell zu Rötungen, Eczemen, Schwellungen, Mattheit der Haut etc. All dies ist darauf zurückzuführen, dass die Zellen der Epidemis sofort auf die Stresshormone reagieren. Es kann sogar zu einer Gefäßverengung kommen oder zu einer vermehrten Körperbehaarung, zu Schweißausbrüchen und Müdigkeit im Gesicht. Wenn der Stress immer mehr zunimmt und nicht mehr nachlässt, kann es zu komplexen und schwerwiegenden Problemen kommen, die auch zu folgenden Krankheiten führen können. Magersucht oder Bulimie, depressive Psychose, Angststörungen, wie geht man mit dem Stress um? Der negative Aspekt am Stress ist, dass er uns Jahre unseres Lebens wegnimmt und so kommt es dazu, dass wir schneller altern. Dies beeinflusst unsere Gesundheit in einer negativen Weise. Unser Körper füllt sich mit Giftstoffen und von Tag zu Tag ist es schwieriger, unseren Alltag zu bewältigen. Wir verlieren leicht an Motivation und an Kraft. Deshalb sollten wir die Situation in Angriff nehmen. Wie geht das? Im Folgenden zeigen wir es Ihnen. Identifizieren Sie den Grund für Ihre Probleme und versuchen Sie immer, diese mit Hilfe Ihrer Familie und Ihren Freunden zu lösen. Wenn es nötig ist, ziehen Sie einen Gesundheitsexperten zu Hilfe. Suchen Sie Zeit für sich selbst. Auch wenn es nur eine Stunde pro Tag ist, nutzen Sie diese Zeit, um spazieren zu gehen, Musik zu hören oder einfach sich selbst zu fühlen. Setzen Sie Prioritäten und schauen Sie auf Ihren Gemütszustand. Wir müssen uns bewusst sein, was uns wichtig in unserem Leben ist. Unsere Gesundheit ist dabei eine tragende Säule. Denken Sie an die Situationen, die Ihnen am meisten Angst verursachen. Identifizieren Sie diese und überlegen Sie, wie Sie diese Situationen besser in Angriff nehmen können. Welche Lebensmittel können uns helfen, Stresssituationen zu bewältigen? Sehr wichtig sind die Vitamine A, C und E, denn sie liefern uns eine große Menge an freien Radikalen. Diese Vitamine sind enthalten in Karotten, Melonen, Brokkoli, Brüsseler Kohl, Spinat, Süßkartoffeln, Tomaten, Trockenfrüchten etc. Vitamin B stärkt unser zentrales Nervensystem und hat eine beruhigende Wirkung. Sie finden dieses Vitamin in Bierhefe, Getreide, Avocado, Kohl und Grünbohnen etc. Mineralien sind auch unabdingbar, darunter sind Magnesium, Calcium und Kalium sehr wichtig. Sie finden diese Mineralien vor allem in Früchten und Gemüsen. Wir empfehlen aber auch, dass Sie zusätzlich Magnesium einnehmen, denn es hilft uns den Stress zu kontrollieren. Sterechnow 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 Sterechnow